»Mit wem redest du da?« will Saskia wissen. »Äh, mit niemandem, Mom«, lügt Paul. Saskia schaut Paul skeptisch an und verlässt die Küche wieder. Dieser setzt sich mit seinem Frühstück an den Esstisch. »Paul, du musst besser aufpassen, wenn du mit mir redest. Außer dir kann mich doch niemand sehen«, teilt Tom seinem Sohn wiederholt mit. Paul entschuldigt sich bei seinem Vater. In diesem Moment wird Paul wieder von Saskia beobachtet, die am Eingang der Küche auftaucht. Sie schaut besorgt zu ihrem Sohn herüber. Am Nachmittag sitzt Saskia mit Toms Schwester Katrin und dessen Mutter Simone auf der Couch im Wohnzimmer. Sie trinken zusammen Kaffee. Toms Vater Günther spielt mit Paul im Garten Fußball. Auch Toms Geist befindet sich im Garten. Simone will von ihrer Schwiegertochter wissen, wie Paul mit der neuen Situation zurechtkommt. Als Saskia ja antwortet, daß Paul sich komisch verhalten würde, will ihre Schwiegermutter natürlich sofort wissen, wie sie das meint. »Na ja, er verhält sich halt irgendwie so merkwürdig und führt ständig Selbstgespräche«, erklärt Saskia das Verhalten ihres Sohnes. »Aber Kindchen, du mußt dem Jungen Zeit geben.« »Immerhin war er dabei, als sein Vater erschossen wurde. Das verkraftet man nicht einfach so von heute auf morgen«, nimmt Simone ihren Enkel in Schutz. Saskia scheint zu verstehen, worauf Simone hinaus will. »Gib ihm Zeit, das Ganze zu verarbeiten«, fügt Simone noch hinzu. »Werd dich«, entgegnet Saskia ihr. »Und wenn es schlimmer wird, kannst du immer noch zu einem Psychologen gehen«, sagt Simone und fängt an, in ihrer Tasche zu wühlen. Sie nimmt eine Visitenkarte heraus und reicht sie, Saskia. »Das ist die Visitenkarte eines Bekannten von mir, der Psychologe ist. Dr. Martin Berger«, erklärt Simone. Saskia schaut sich die Visitenkarte an und bedankt sich bei Simone. »Paul braucht jetzt viel Ablenkung«, sagt Simone. Saskia, Simone und Katrin schauen aus dem Terrassenfenster heraus und beobachten, wie Paul und sein Opa im Garten Fußball spielen. Tom steht im Tor. Opa Günther schießt und trifft das Tor. »Tor«, ruft dieser erfreut. »Mensch, Papa, du mußt besser aufpassen, sonst gewinnt Opa noch«, ärgert sich Paul über seinen Vater. »Sorry, mein Sohn«, entschuldigt sich Tom. Opa Günther schaut Paul verwirrt an. »Mein Junge, mit wem redest du da?«, fragt er überrascht. »Och, ich plapper nur so vor mich hin«, versucht Paul sich zu erklären. Günther lächelt seinen Enkel an. »Na, dann ist ja gut. Sollen wir weiterspielen?«, will Günther wissen. »Ja, Opa, ich werde jetzt auch mal ein mega geiles Tor schießen«, fordert Paul seinen Großvater heraus. »Na, das will ich sehen.« »Ja, das will ich sehen.«